so oder wir wieder zu einer weiteren folge schaßen Kassen Kassen an ja ich habe mich mal in den Garten zu mir sind und habe ich den Basten hier am Boden liegen gefunden und da hat sich auch immer diese Dialog gestartet da bist du ja ich habe alles nach dir abgesucht keine Sorge meine Verletzungen sind nicht so schlimm wie sie aussehen hört gut so weit etwas wichtiges zu sagen habe ich habe es ich habe die Übersetzung allesamt abgeschlossen und ich habe eine Entdeckung in dem Tempel eine Erkenntnis beim Tempel gemacht und er ist tatsächlich keine normale kein normaler bautes Gebäude er ist gebaut um die Kraft des Schattenjuwels zu kanalisieren und einen Tunnel zu öffnen zwischen den Welten ich fürchte das bedeutet Gulag ist bereits auf dem Weg und wird mächtiger mit er mit jedem verstrichenen Moment seine Kraft ist in unsere Welt eingedrungen seit Jahrhunderten wie wie Sandrück ein Stundenglas wenn es überhaupt noch eine Chance geht Ulag aufzuhalten muss die Verbindung getrennt werden man muss den Schattenkristall finden und ins Tor sofort schließen meine Verletzungen würden dich nur ausbremsen deshalb ist es wohl das beste wenn du alleine gehst wird denn in meinem Übersetzungsbuch es könnte für einigen wert für dich sein äh lebe wohl für jetzt genau und dass ihr auch wisst wo wir jetzt sind hier da waren wir ja schon mal und da konnten wir nicht durch weil hier ist so ein genau das Teil hier da kommt man nicht durch das weiß ich ja noch den meinte ich auch den Weg mit der letzten Party ich weiß da war noch immer was das Symbol des Meisters das Nutzlosigkeitsitem ist doch für was gut ja und das hier habe ich gefunden denn die Rubinbrusche die ist ganz gut echt jetzt meine Güte scheißt euch doch ab irgendwie euren dummen Billigplunder bin ich mal gespannt wo wir jetzt hinkommen ei der Tempel oh mein Gott der Tempel was auch immer das jetzt für ein Typen war oh Todeslaser immer schön Todeslaser na geil oh mein Gott da hat Schinken gedroppt das sind Schweine die droppen Schinken wo ist das ein Porte ok das sind die Werte die was ok stirb einfach da geht's da hin oh Learning Scroll mehr Intelligenz ein Teleporter ok es gibt nur einen einzigen ok scheint dann kein sonderlich großes Gebiet zu sein vermutlich nur ziemlich abgefuckt mit den ganzen Todeslasern Le Park ja 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 hm ne b ja wo 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 Schwnyt ah bam wuss klar soweit mein bein ist eingeschlafen hau ein doppel sprung ok guck mal der imperator 0 da macht aber ganz schön gut schaden okay heiße sowas finde ich ja zum kurzen etwas so knapp bemessen ist das ist schon dies gut da kann ich nicht weiter aber sehr feiner mit der lösung darf jetzt auch ja dann gehen wir wohl da erst mal weiter scheiße das ist natürlich nicht gut zurück oder kultisten spacken ja dann gehen wir erst mal zurück und schauen mal da weil wenn dann würde ich eh nur die der große raum da ist aus woher h schweiß Okay, das ist natürlich ungünstig. Bedrohliche Musik der Bedrohung. Ja, ja, wir wissen, wir sind in einem ganz komischen Tempel. Es ist jetzt ganz bedrohlich und ganz schlimm und oh. Hi. Mhm. Na, das schaut mal einer an. Aha. Safe room, nö. Okay. Mhm. Mhm. Ein Skimitar schon wieder. Das ist aber nicht so gut wie mein Schwert, oder? Oh, doch ist das. Okay. Skimitar, hallöchen. Wahnsinn. Oh, Geheimgang. Hallöle. Ja, aber da ist dieser Stein. Der muss ich wohl kaputt machen. Wäre ja zu einfach gewesen, oder? Ah, ja. 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 Ich hab so den König geht schiefst, denkst du, dann kannst du da was ausrichten. Lol. Oh, das große Auge. Schwupp. Ist ein Arsch offen. Piss dich. Hier gibt es keinen Speicherraum. Oh. Okay. Der ist schatten, das Schattenjubel war... 1 Teil einer Paul für seine mächtigen antiken Waffe diese Waffe wurde zerstört und in Fragmente aufgespürt über das das ganze Universum durch das Erwild das Schammer der Schammer durch das Erwild kann der Schammer hören durch das Erwild kann der Schammer nicht die Stimme seines Meisters vernehmen er leitete uns und gab uns das Wissen um diesen Tempel zu erbauen um das Zeitalter der Finsternis näher zu bringen okay toll wir haben einen ganzen Raum mit einem lila Stein der uns quasi sagt bla 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 wir hatten jetzt zu viel Zeit um diesen Raum zu erbauen deswegen hier Mr. Bescheid so 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 Hmm... Kack! ich habe ein gefühl hätte vermutlich da unten erst auch erkunden sollen naja ist jetzt auch egal schlecht okay so weit so ungut kiste save room ok was um himmels Willen ist das denn das zepter so ist das zepter gut wer es schlägt hinzu lösen wir zu leben ok ok was auch immer das für ein ding ist da ist nix geheimnis man weiß ja nie man weiß ja nie naja noch ne münze juhu oh mehr lebensinnig das ist gut ok dann haben wir glaube ich hier alles hmmm es ergibt mich fast dass der unhalt noch im gang ist aber es ist was heißt es ärgert mich fast es ärgert mich ziemlich dass so noch im gang ist und ich da nicht hin kann gut ich könnte aber ich will jetzt nicht nochmal den ganzen laserpfad hier machen das ist scheiße oh oh todes laserpfad ist tödlich stahlhelm der ist doch voll der dreck oder ja ich hatte den silberhelm was mit sowas zugemüllt ja gut dann müssen wir ja gezwungener war sind auch unten hin ok habe ich nichts gesagt dann war es auch ganz gut dass wir hier waren schwupp und nein das Alter, du warst tot Weg Aber das mit dem Platin ist schön, dann kann ich die Sidequist abschließen Uiuiuiuiuiuiuiui Böses Auge Scheiß Auge Tempelwache Mist Höchstens da unten wird es noch weiter gehen Ansonsten Hätte ich echt jetzt keinen Plan mehr Aua Mh Ok So ein Safe-Room wäre zu mir schön gewesen, weil ich bin heute etwas klamm bei Zeit Sprich, ich hätte gerne ein Part Zeitig heute beendet Plotin Fürchte mich junger Skywalker Tod Ach so ein bisschen geht mir das gedüdelt schon auf die Nüsse jetzt gerade von dem Abschnitt Der Kutter unten konnte ich ja nichts machen, ne Oh, haben wir auch so, da war ja Mahner, stimmt ja Scheiße Okay Dann nochmal Porten Ei Mal kurz strecken Mein Kreuz Besser Ja gut und da geht es ja auch nicht weiter Was muss ich denn tun Höchstens im ersten Raum da unten vor den Gärten wäre noch was, aber das nützt mir auch nicht viel Nur weil ich diesen dummen Ding noch nicht kaputt machen kann Ja gut und das nützt mir überhaupt nicht, wenn ich da jetzt hingehe Weg Weg Ich fühle mich das nochmal hin Da würde ich hier kaum stimmts Gärten Ich könnte theoretisch Also wenn ich da jetzt ich weiter komme Da hätte ich noch eine Sache, wo ich vielleicht versuchen könnte Und zwar in den Minen Dude Das ist doch scheiße Ist doch die musik mal bei mir ein bisschen leise aber ich kann es echt nicht mehr hören so viel schinken dahin na gut aber da komme ich nicht weiter das ist echt scheiße ab 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 Das war's für heute. 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 Den habe ich noch. Gar keins mehr. Da habe ich mein ganzes Plattin genommen, der Sack. Hat der Willi mein ganzes Plattin jetzt geklaut? Er hat... Oh, dieser Penne. Hm. Naja, gut. Dann würde ich aber mal sagen, langt das für heute. Und vielleicht langt das für heute. Ansonsten seht ihr ja gleich, wenn es noch weitergeht. Aber ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ansonsten begrüße ich euch gleich wieder. Also, lasst euch gut gehen. Wir sehen uns. Bis denn dann. So. Hi. Da sind wir nochmal. Da geblieben. Nicht gehen. Wie gesagt, ich habe mir die Aufnahme angesehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hm. Ah. Selber Tag, später Abend. Hab mir gerade ein Bier aufgemacht. Ich bin noch ein bisschen außer Atem, aber... Ich treib gerade die Neugier. Ich will wissen, bis es weitergeht. Und ich denke ihr auch, oder? Deswegen machen wir jetzt hier auch weiter. Ja. Dann wollen wir mal. Ja. Wisst ihr, ich ist immer noch in meiner Urlaubszeit. Das war jetzt... Was ihr gerade noch gesehen habt, war frühmorgens um 8. Und jetzt haben wir abends kurz vor 9. Es war ein langer Tag. Es war ein sehr langer Tag. Aber wie gesagt, ich mache das hier aus freiem Willen. Das ist jetzt nicht so, was man jetzt sagen muss. Ich habe... Du musst es nicht... Ich will es aber wissen, bis es jetzt weitergeht. Ich will es wissen. Und ich hoffe, ich bekomme jetzt hier noch 15 Minuten oder so zusammen. Zumindest für diesen Part. Okay, da ist noch dicht. Da ist nicht so schön. Da drüben wäre möglich. Schauen wir doch da mal. Das sieht doch gut aus. Das ist scheiße, ist das. Gibt es ja gar nicht. Okay, dann gehen wir mal da hin lang. Piss dich. Keine Zeit für so Gewürrn. Gut, ver... Ich will aber nicht nochmal den ganzen Gang da runterlaufen. Gibt es doch keine andere Möglichkeit. Mehr aus dem Weg. Okay, da mal rein. Aber das ist ja der Weg, wo ich herkomme oder nicht. Ja, ich sage, egal. Ist doch egal. Erst mal ein Schlückchen trinken. Ach Gott. Ja, aber das ist doch irgendwie komisch. Ja, aber das ist doch irgendwie komisch. Wenn doch da jetzt reingeht, da ist doch nur das Portal. Moment, Moment. Und ich... Und da ist noch zu. Da haben wir eins aus. Also sprich, es gibt noch zwei weitere von diesen Kacksteinen. Und da geht es natürlich nicht weiter. Also, ich will aber mal da rüber. Oder in dieses mittlere Gebäude da. Kann ja nicht sein. Also, Gebäude, sag ich. Hi. Fahr zur Hölle, Wichser. Kultisten-Abschaum. Ich bin immer noch auf Palpatine. Schön. Lass dir mal lieber selber was einfallen. Guck mal, ich kann grüne Blitze. Bei ihm waren sie blau. Ach, halt. Ja, müssen ja grün sein, weil sonst gibt es vielleicht recht Streit. Kann ich nachvollziehen. Aber das schaut gut aus. Vielleicht ist jetzt im Anfangsgang ein bisschen was offen. Weil hier war doch so viel verspart. Komm schon. Nein. Geh weg. Hier haben wir was. Das ist nett. Okay, ich habe jetzt noch ungefähr 15 Minuten Zeit. Ungefähr. Das wird schon. Oh mein Gott. Du bist aber eine andere. Anderer. Irgendwas. Gewiesen. Der eine in der Geheimwilder war lilan. Der ist rot. Das stimmt doch nicht. Oh oh. Tschüss. Alter, jetzt fahren sie aber auf. Mein Gesicht. Oh mein hunderschönes Gesicht. Ja. Alles Gegner, den man eigentlich fahren müsste, nur um diesen dusseligen Eintrag zu bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles klar. Kann man mal machen, ne? Schinken. Oh mein Gott. Da kann sie auf und für ein bisschen schinken. Jetzt gibt's hier kein Zurück mehr. Okay, da ist nix mehr weiter. Und zack, und zack. Oh scheiße. Hi, 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 hi. Fertig. Okay. Jetzt schieße ich hier schon wieder rum. Hallo, das Spiel gibt mir diese Messer. War nicht meine Entscheidung, die einzubauen. Hm. Zack. Zack. Gut, schon wieder so viele Wege zu erkunden. Da unten schon wieder zwei Möglichkeiten. So viel Aufweg. So viel Aufweg. Schon eine lange Grau. Au, 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 au. Bam. War voll gefährlich, das Tier. Absolut, ey. Ich bin voll ein Schwitz in der Kommode. Liegt das am Wetter. Ich weiß nicht. Und da hinregeln wir Nummer zwei. Sehr schön, aber wir gehen über den längeren Weg zurück, weil da wäre jetzt sonst wieder ganz viel Scheiße und Zeug im Weg und das müsste ich jetzt nicht haben. Nein, nicht unbedingt. das ist voll schlimm, man kann nicht mal trinken mit so einem Hetze. Ach, ich ja. Ich als Freizeit-Linksender, nein, ich bin eigentlich Rechtssender, aber ich mache sehr viel auch mit der linken Hand und zum Beispiel gehört auch etwas trinken mit der linken Hand und das ist, ne, wenn dieser Bobbel da, dann das ist echt richtig nervig. Äh, ehe ich da jetzt runtergehe und schaue nach, ob sich da was entriegelt hat. Ein Ding nach dem anderen. Wir machen jetzt erstmal das Gebiet da drüben gar fertig und dann schauen wir da unten nach, weil sonst wäre das zu, würde. Das wird sonst zu viel Zeug auf einmal. Okay. Stirb. Ich habe gesagt, du sollst verrecken. Bin ich jetzt aber pflichtig? Ich weiß gar nicht. Oh, wir werden es gleich sehen. Nope, wir sind falsch. Wir sind falsch. Das ist so zum Kotzen. Kreidet es mir bitte nicht an. Ich kann es nicht anders. Hi. Oh, mehr Schinken. Jawohl, mehr Schinken. Aber ich werde mich so was von mit Schinken da noch einreiben. Du, das glaubst du gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Dot. 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 Ich jetzt habe. Hi. Kommi, tot. Oh, Geld. Okay, wer von euch war so blöd, hat sein Geld im Kronleuchter versteckt? Stirb. Aber, das hast du toll gemacht. Das hast du toll gemacht. Glückwunsch. Glückwunsch. Na, 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 na. ja, das machen wir nicht. kleiner Drecksack. Ha. Da. Block doch. Block doch. voll die fackfresse das ist voll gemein was denn er ist unterlegen da muss er sich anhören außerdem steht er uns nicht nur mir sondern uns im weg was denn nun schon wieder es guter Ullag ist der gott of darkness also ja wo es haben wir noch nur dessen Hunger kein Ende kennt der meisterte viele wilden erobert durch Prozent bei der Tüte der meistert viele wilden eroberten dem er durch die Geisterwelt gereist ist durch jede Welt wurde seine Armee größer wir sollten uns geirrt fühlen dass wir Ullag dienen dürfen Ullag die neue Marke von Lack bei Praktiker jetzt zugreifen der Ullag also ich möchte kein Kerl dienen der Ulla heißt komm schon ok das ist unwahrscheinlich ok das geht das geht das geht das geht das geht ok alles cool und Gauntlet Gauntlet ist was Gauntlet ist was Gauntlet ist was was ist der Gauntlet ist das eine Waffe ist das eine Waffe ach so äh das will ich den Gauntlet wir sind ja bei keinem tukkigem Männerduell bei dem du den Handschuh ausziehst um die ihrer deiner Frau zu verteidigen wir sind ja bei einem knallharten Abenteuer Junge haben wir keine Zeit für so wischiwaschige Labe wie Handschuhe die Welt wird bald vom Typen erobert wenn die Frau heißt ich weiß er heißt Ullag aber ist egal scheiß naja wir haben ja über die zweite Sicherung gelöst also egal uh danke viel protected aber das ist jetzt aber nett das ist ja lieb brauche ich zwar jetzt auch nicht mehr aber hey Positivität da oh my god jetzt hast du mich aber oh das ich blute ja tut mir leid wie gesagt der Tag war lang ich bin heute nicht mehr so könntest du vielleicht mal bitte deinen Liebestab den du dir jeden Abend den Arsch rammst aus meiner Sichtweise nehmen danke schön hier weg fliegen in der Luft und haben Weiberklamotten an wenn jetzt keine Frau ist ne dann ist das echt schräg oje oje ich werde gerade von einem Auge penetriert kann man das glauben aber hey ich hab doch Schinken Gott ich hab doch Schinken nope nein gut auf jeden Fall sollten wir jetzt auf dem richtigen Weg sein gut sollten wir zack 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 jetzt müssten zumindest schon mal mehr Sicherungen gelöst sein wenn ich jetzt da hergehe da müsste ich doch im mittleren Teil rauskommen richtig ich glaub so weit müsste ich sein genau entschuldigt mich aber weil wir haben noch ein bisschen was geschafft das weiß ich die Welt aber ich werde mich gleich dran machen wir direkt den nächsten Part aufnehmen deswegen bitte nicht böse sein ich muss den Part hier beenden wir gammeln jetzt nochmal ganz kurz zurück in die Stadt oder kann ich auch so machen vermutlich wurde es nicht mal sehen aber wir sehen uns dann genau hier wieder und da geht es im nächsten Part weiter also dankeschön fürs einschalten wir sehen uns beim nächsten Part von Chasen Kassen Dingens niederleuchtender Typ also bis denn dann und Chausen